Hallo und Willkommen. In einem unserer letzten Videos haben wir euch das Harzcamp Goslar vorgestellt. Begleitet uns in diesem Video nun durch die schöne Landschaft bei einer Wanderung entlang der Granetalsperre und durch die sehenswerte Altstadt von Goslar. Wenn euch die Wanderung gefallen, könnt ihr diese bei Komoot runterladen. Und jetzt viel Spaß beim Mitwandern. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.